Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 3 hier auf meinem YouTube-Kanal. So, ich hab diesen Dreckskriegskott endlich erledigt, ey. Meine Fresse. Boah, also ich hab keine Ahnung, ob der schon immer so war, ob der verbackt ist. Ey, was der an Schaden gefressen hat, das ging gar nicht. Also das, sorry, das war eine absolute Frechheit. So, immerhin, Stufe 43. So, ich hab in der Zwischenzeit nochmal gelevelt, Waffen aufgebessert, Harmonie dazu, Harmoniepunkte verteilt, etc. Mein Gott, der ging mir echt auf den Sack, das kann man nicht anders sagen. So, was haben wir hier? Okay. Wieso kann ich die nicht herstellen? Achso, oder ist 4 das höchste? Nee. 2, 5. Hm, okay. Ahem. So. Jo. Jo. Minus-Kraft um 35, Heilkraft, oh, kann ich nicht. Shit. Äh, selbstverständlich in einer Verstärkung, okay. That went quite well. Let's take it for a spin. Nö, nö, nö. Technik-Einsatz erzeugt mehr Wut, erhöht die Block-Rate, jo. So. Hä? Okay. Hm. Na gut, egal. Äh, okay, was haben wir hier noch? Haben wir Gornix, dann ist das das Einzige, was wir noch erweitern können. Gut. So. Nehmen wir. Hm, hm. Gut, gesteigert haben wir. Ah, Juwelen haben wir gemacht. Was haben wir hier noch? X-Scanner aufwerten, der ist ja auch noch nicht voll. Wachpunkt fehlt, na, jo. So. Ruffin-Blumen-Bartel. Keine Ahnung, wo es dat gibt. Noch nie gesehen oder gehört, glaube ich. Na, schauen wir mal. Hm. Gut, weiter geht's. Is this the bridge we saw from Ragwell Lake? Yeah. Looks like it's in better days. Still. Seems stable enough to cross. Hm. Was sind das für drei Viecher da? I can't say I'm wrong with you. Ach, Porn. Echt jetzt? Das ist noch nicht mal ernst. Das ist jetzt schon wieder der nächste Elite-Gegner hier kommt, Alter. Was ist denn dat? Ich sehe nix. Das wusste ich viel. Okay, machen wir erst mal. Die kleinen Viecher. So, das machen wir auf den Großen. Ähm. Wie sie sehen, sehen sie nix. Und auch der gerät dicht ins Schwanken. Erstaunlich. So, komm. Hm. Ähm. Nee, erster Rex. Oh, nee. War eigentlich doof. Nein. Ey, was ist denn mit diesen Gegnern los? Wieso schwanken die nicht mehr? Okay, hier, komm. Schult kann auch ins Schwanken bringen. Natürlich geht es nicht. Warum sollte es auch? Das ist so ein Blödsinn. Man, ey. So, dann schult. Warum soll er auch schwanken? Ey, ist ja völlig überbewertet. Ähm. So, umwerfen. Ja, hm. Oh, Mann. Ähm. Gucken wir mal. Oh, shit. Reicht nicht. Oh, Mann. Na, toll. Oh, das heißt, ich werde den nächsten Angriff nicht durchziehen können, weil ich nur einen wieder zurückbekomme. Außer wenn es Matthew ist. Dann könnte es reichen. Okay, nee, sie könnte auch reichen. Jawohl. So. Ähm. Ja, komm. So, gut. Dann müsste ich als nächstes noch die Paar-Kombo kriegen. Ne, er ist zwar nicht umgeworfen oder geschleudert, weil, ne, die sind immun dagegen. Ich weiß es nicht, Alter. So, nochmal. Die schwanken nicht. Es ist unglaublich. Ne. Oh, doch, jetzt schwankt er mal. Mensch. Nach dem sechsten Versuch. Und hätte deutlich mehr sein können, sollen, wie auch immer, ne? Oh. Jawohl. Und los. Dann kriegt er wenigstens jetzt noch eine Paar-Kombo ab. Ja. Ja. Wenn ich jetzt eine Paar-Kombo hätte. Ja, wenigstens haben wir ihn jetzt. Alter Lachs, ey. Boah. Und wir noch mehr von den Viechern? Alter Vater. Ich hoffe mal nicht. Ne, zwei von den Viechern reichen jetzt gerade. Echt mal. Margellbrücke Norden. Okay. Sumpflaume. Aha. Kommt hier auch gleich irgendwas aus dem Boden oder so ein Spin von der Wand? Nussbandus. Uhu. Achso, da vorne kann ich hier ein Äther-Seil wahrscheinlich spannen. Nö? Weisepunkte vollständig. Nice. Oh, die schwarzen Berge. Ah ja, das heißt, jetzt kann ich auch das eine Harmonie-Gespräch auf jeden Fall in Kolonie 9 noch machen. Gehe ich mal stark von außen. Ja, das sieht gar nicht mal so geil aus. Jawohl, das da oben ist es. Schwarzen Berge. Oh. Ich kann dich nicht glauben. Das war das erste Mal, die zwei von euch kennenzulernen. Und du hast nur gesagt, A war aus der Stadt? Es gab viele von uns. Ich wusste nicht jeder Person. A hat sich dort leben und einfach zurückgekommen ist. Das ist das, was unsere Paths crossed. Also, du wusste nichts über A, aber du gehst zusammen. Niemand ist so oblivious. Hey, blame the one keeping the secrets, not me. You never thought to inquire about it, so I never told. That's all. Huh? Don't give me that. I mean, traveling this world alone isn't exactly normal behavior. Normally, you'd inquire. No, you wouldn't normally. Begasas Schneefeld. Na, yippie. Hm, du sagst es. Huh, komm hoch da. So, die Viecher sind auch alle so auf 41. Okay, das heißt, die normalen Viecher sollten kein Problem sein eigentlich. Na, irgendwo da ist wieder was. Oh, und rechts auch. Da irgendwo. Eventuell hier auf der anderen Seite. Oh, da glänzt auf jeden Fall was. Da. Was soll ich denn da hinkommen, Alter? Okay, Moment, jetzt muss ich erstmal... Also, hier muss ich ja mal runter, da hilft alles nichts. Autsch. Damit ich mir das da hole, was auch immer das ist. Und nicht runterfallen. Schwarzer Kristall. Nice. Oh, Panoramagespräch. Hallöchen. Ignia-Ebene. Na, den. Was haben wir hier? Ach, Mann. Kannst du nicht auf das schreckliche Gesichter sagen? Bitte und danke? Ich war nur noch daran erinnern. Das ist es, ich versuche. Aber... Ich meine... Du war nah an der Homecoming. Ach, ich würde es schiefen, wenn ich es komplett überrascht hätte. Aber ich möchte nicht wegschrauben von dem. In der Fall nicht mehr. Ich habe etwas Sertes gesagt. Ich bin kein Mensch. Ich bin es, wenn ich längere, wenn ich mich wäre. Ich bin leid. Von... Um... Welche Emotion ist das wieder? Ich bin der Fall nicht so dasselbe? Ich bin... Ich bin der Fall nicht beschlerecklich. Ich bin... Ich bin wirklich nicht. Bekommst du für deine Gespräche. Nein? So, her mit dem Zeug hier Lackstein, mhm Wofür auch immer man das Zeug braucht Ja, das ist viel da unten, aber ich hab gar keinen Bock So, wie soll man denn da hin? Komm, da oben über die Mauer, oder? Einen Rest oder sowas gibt's hier ja nicht, ne? Ne Hm Na gut, schauen wir mal Wie lange reicht, ergibt sich da gleich noch was? Alter Widerstand Oh nö Oha Oh, kann ich, alles klar, dann bauen Sehr schön Aha So, was ist der für ein Level? Das wüsste ich gerne Stufe 42 Uuuuh Na komm, Risiko Das war jetzt doof, dass ich die Attacke da benutzt habe Alter, die halten auch so viel aus Danke, geht doch So, hier nimm das Die Rotationsforce hebe ich mir mal auf Wenn wieder die Bestien kommen Sooo Jawoll No No Paar Attacke Okay Weiß nicht so viel, wie ich gehofft hatte, ehrlich gesagt Machen wir uns erstmal um den Wolf hier Oh Jawoll Gebelspalt erledigt, sehr gut Mit nur das große Vieh Na komm, Angriffskette nehmen wir dafür Äh Äh Oh komm, nehmen wir mal ihn Ey, das Ist schwankend gerade verbuggt hier, oder was ist los? Egal So Den kriegen wir zum Glück auch so klein Mann, 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 nee Erlichtung Boah Na komm Die kann ich auch beenden Beat hat keinen Wert mehr So Was hat ihr denn für viele Abwehrträume getan? Na denn Hier war noch eins Dankeschön So Mit dem Ätherlift hätte ich die wahrscheinlich alle umgehen können, ne? Oder? Oh nee, der Ätherlift bringt mich Oh, okay Ich muss nochmal runter Der Ätherlift bringt mich zu einer Reliktruhe Die will ich ja schon haben, ne? Weil sie so mit dem Bus hier schläft, ja, oder was? Oh nee, jetzt nicht mehr So, danke Oh, halt Gut Gut, dann jetzt zu dir, ja Okay, falsches Timing Oh nee, der kommt Zack Oh, den Streitern gerät er ja sowieso nicht. Ergo können wir die Part-Kombo jetzt auch so machen. Ist noch eine Ready? Nö. So. Ah, das dürfen aber reichen, ne? Jo. Gut. So. Und wie gesagt, ich muss nochmal runter. Ich will diese Truhe. Und hoch. Und hier. Nice. Sehr gut. Äh, hier kann ich rüber. Jawohl. Das geht. Gut. So. Expeditionsauf... Achso, reparieren. Jut, machen wir. Bekamen wir das ganze Zeug hier. Danke, Nicke. 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 Du, 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 du. Ja, macht's going up that much easier. Blut. Bekamen wir das ganze Zeug. So, einmal Obergeschoss, bitte. Ich gehe in. Du, du, du. Psst. so kommt er ja so gegner territorium jazupi ätherseil herstellt moment ja bitte zu der plattform da genau gegenüber ich habe gerade nicht erkannt was da war das wer bist du wie sie denn hier rüber gekommen ohne ätherseil es ist wirklich schön endlich wieder einen normalen menschen zu sehen wir sind hier um dich zu retten kommst du mit uns nichts lieber als das ihr wisst ja nicht wie lange ich ziellos herumgeirrt bin ich heiße kathy und habe als kunsthandwerkerin gearbeitet danke schon mal für eure hilfe ja bitte kathy ist jetzt in der obhut von kolonien nice dann will ich noch mal gucken stufen steigern kann ich nicht das ist belastend belastend und sehr schade nun gut dann hat sich das auch erledigt dann würde ich sagen vorne der sonne machen wir hier erst mal feierabend und in der nächsten folge geht es dann nach oben mit dieser gebietseroberung weiter das ist dann nach oben mit der, lieben, in der nächsten folge ist dann mal es gibt es dann nach oben mit der, lieben, in der nächsten folge ist dann nach oben mit der, lieben, auf sie